Ein hochdramatisches Pender-Spiel. Es erfordert trinkfeste Leute, liefert einen Sieger und der kann dann absolut bestimmen. Alles? Das Spiel heißt Leichenzug. Also, Leichenzug. Ich werde mir erlauben, welche Ophca zu trinken und die Herren trinken klar. Bist du verrückt? Du ernährst dir die Leber. Ist doch bloß Wasser drin. Habe ich präpariert. Achtung! Und... Eins! Und... Zwei! Und... Drei! Und... Ab! Ja, nu, nu! Hey, das lässt sich aber verschieden. Drei! Aber... Einer hat sie vorherrscht. Und... Eins! Und... Zwei! Ich stehe noch wie eine Eiche. Eine kleine. Und? Drei. Halt auf hier! 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 Helfer der Volkspolizei Yvonne meldet sich zur Stelle. Die ist besoffen. Entschuldigen Sie, Herr Hauptmann. Kannst du die Fehlustmolche gleich abholen? Lieben flach auf dem Rasen. Versand fertig. Funkwagen hinschicken. Einsam. Egal.